Wenn Pferde, Haustiere, Zierfische oder Zootiere sicher um die Welt befördert werden müssen, dann stehen bestmögliche Pflege während des Transports, eine sichere Verladung sowie eine optimale Unterbringung samt Versorgung bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten mit unserem Produkt Live-TD die optimale Lösung für Ihre Tiere an über 300 Ziele weltweit auf Flugzeugen der Lufthansa Passage oder unseren Frachtern. Herzstück unserer Tiertransporte ist die weltweit modernste Tierstation, die Frankfurt Animal Lounge. Unser erfahrenes und qualifiziertes Personal sorgt hier rund um die Uhr für die artgerechte Abwicklung aller Tiersendungen. Amtstierärzte arbeiten mit uns unter einem Dach. Mit 42 Großtierstellen, 39 Hundeboxen, speziellen Klimakammern zur Sicherstellung konstanter Raumtemperaturen oder Schwarzlichtpositionen zur Untersuchung von Zierfischen garantieren wir für jeden Tieranspruch die passende Lösung. Ob sich die Tiere im Transit befinden, ihre Reise gerade erst starten oder bereits am Ziel sind, in der Frankfurt Animal Lounge werden sie erstklassig versorgt. Bei uns ist Ihr Tier in besten Händen. Tikhan湿 Ja эффektiviert Ja dad